Musik 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 So und, Jovan, willkommen im Stream, was tut dir gemütlich. Oh mein, was ist das? Wie geht's hier? Warte, warte. Ich kenn die Alienwaffe. Ah, so kennst du ihn. Hahaha Hahaha Erstmal schön aufs Dach Oben im Haus ist einer drin, da wo du jetzt rein gehst, Janis. Der läuft dir hinterher. Hä, wie schlau hast du? Marvin. Ich hab dich gerade gerettet, Alter. So richtig. Es ist leider nur ein Ausweg. Ich kann durch die Wand sehen, es ist wunderschön. Äh, Leute. Ähm. Hahaha Das steckt auch in der Wand. Hahaha Da wo? Komm dich mal besuchen, Janis. Warte, warte, ich komm rüber. Äh, da wo? Also sagen wir mal so, wenn der Burns auf Japanisch singt, finde ich es okay. Hey. Hey da. Heute musst du. Was? Was? Kommt der Kevin da runtergeflogen. Aber er hat zusucht. Ich hätte ihn halt so gelacht. Ja, wegen einem Tanzabüchsen-Arschgesicht. Sag mal, hört jemand vor euch den Burns? Burns? Okay, warte. Hörst du das wieder reden? Danke, dass ich wieder was sagen darf. Hörst du das? Äh, echt jetzt? Als ob er das jetzt durchgezogen hat. Oh nein! Okay, das muss man jetzt echt feiern. Alter. Wir merken Burns, dass es das jetzt wirklich durchgezogen hat. Burns? Bist du noch anwesend sein? Ja, ja, ich bin da. Nein, der Mama hat gesagt, Burns, du darfst nicht mehr reden. Und mir hat der Burns einfach nicht mehr geredet. Als Office. Ey, warum? Ja, ich hätte das Office zum Ende durchgezogen. Bis zum bitteren Ende. Und der Justin hat geschrieben, drei Hendricks. Der Hendrik, ey. Wer kennt ihn? Was denn da für ein rotes Auge? Hä? Ja, ich bin mal im Abfall. Ich seh schon ein Ding. Ja, wir können auch was machen, wo der Raps mehr mitmachen kann. Ist eine gute Frage. Weißt du, ich spawne und direkt ein Flugzeug. Ey, nee. 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 Du bist mein Engel. Du bist ein faultiger Engel. Du bist ein faultiger Engel. Willst du ne Spritz von mir jungen? Spritzig voll, wa? Wie keiner mir dir zeigen würde. Was? Warten? Warum warten? Wie viele Menschen? Ja, wir finden aber noch lange zu laufen. Au! Bis zum nächsten Mal.